Ich glaube an einen, wenn ich alleine daran denke, die ganze Welt, wir Menschen, was wir alles haben. Ich glaube daran, dass es nicht geht. Aber du bist doch ein Atheist, Kudi. Warum auf einmal? Was? Kudi, du bist doch Atheist oder nicht? Guck mal, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab mal gesagt. Guck mal, wenn die Leute mir gesagt haben, du bist Atheist, ja? Ich sage, ich bin ein Atheist, aber ich suche noch nach der Wahrheit. Aber jetzt sagst du, du glaubst an Gott. Aber jetzt sagst du gerade, du glaubst an Gott. Was ist los? Ich nenne ihn hier gerade. Joker, Joker, das ist seine Meinung. Der kann glauben und denken, was er will. Er versteht nicht, er ist dumm, ha? Joker, guck mal, bitte. Warte mal, wieso beleidigst du mich? Erste Korinther 6, Vers 9, du sollst nicht beleidigen. Ist das der Heilige Geist von dir? Er ist kein Christ. Du bist ein Christ. Ich bin kein Christ. Du kannst nicht, warum, wer bist du, dass du mir sagst, was ich bin oder nicht? Ich bin kein Christ. Sag, der Heilige Geist existiert nicht. Sag, der Heilige Geist existiert nicht, Heide. Sag mal, Gudi, der Heilige Geist existiert nicht. Du, das geht dich doch nicht an, an was der glaubt, Mensch. Es geht doch darum, Garton.